Hallo und herzlich willkommen zum Tele-Stammtisch. Heute befassen wir uns mit dem 19. Internationalen Comics Saloon in Erlangen. Normalerweise findet der statt vom 11. bis zum 14. Juni, aber wegen Corona haben die das ein bisschen geändert. Und zwar findet das jetzt statt vom 10. Juli bis 4. September online. Also man kann sich dieses Ganze online anschauen. Ich bin nicht ganz allein. Ich bin der Sam und ich habe mir noch den Sven ans Land gezogen. Hallo. Und den Paul. Hallo, Paul. Hallo. So, wir drei haben ja jeweils einen Film uns angeschaut. Der liebe Sven hat sich The Final Adventure of Cactus Kid angeguckt. Genau. Der Paul war dann dran mit The Swallows of Kabul. Yep. Und meine Wenigkeit hat sich Children of the Sea angeschaut. So, ich würde sagen, wir starten mit Sven. Sven hat nämlich The Final Adventure of Cactus Kid, wie gerade schon gesagt, sich angeschaut. Und er will uns jetzt noch ein bisschen darüber erzählen. Bitte, schieß los, Sven. Okay. The Final Adventure of Cactus Kid. Erstmal ein paar Daten. Also bei mir habe ich keinen Kino stattgefunden. Ich weiß nicht, ob er irgendwann regulär ins Kino kommt. Was ich auch nicht glaube, weil er nur eine Stunde geht. Der Regisseur ist Dorde Marković. Bei Cactus Kid geht es darum, dass ein serbischer Comic-Künstler auf einem Flohmarkt einen Comic aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt und dann mehr über die Figur und den Autor wissen möchte und findet raus, dass um den Autor es verschiedene Gerüchte gibt. Okay. Und zwar geht es eigentlich darum, dass der Autor hingerichtet wurde 1944. Da war er gerade mal 21 Jahre alt, aber keiner weiß genau warum. Also es ist die Frage, ist er ein Nazi-Kollaborateur gewesen oder wurde er hingerichtet, weil er angefangen hat, also er hat ja auch Karikaturen und so gezeichnet. Und da wäre wohl auch eine Stalin-Karikatur dabei gewesen und die Frage ist, ob er nicht auch deswegen erschossen worden ist. Okay. Jetzt ist die Frage, das hört sich für mich jetzt gerade nicht an wie ein Comic-Film. Ist es dann eher wie so eine Dokumentation aufgebaut? Es ist eine Dokumentation, ja. Es gibt kleine Comic-Momente, also der Kaktus-Kit läuft zwischendrin ein bisschen durch die Gegend, zieht sich irgendwo hoch oder so, aber es ist kein Zeichentrick-Film, also auch kein Anime oder so. Das ist eine Dokumentation halt über diesen Künstler, über den man eigentlich nicht viel weiß. Okay, und dieses Kaktus-Kind, also Kaktus-Kit, kennt man den oder, weil ich habe jetzt davon zum Beispiel noch nie gehört, oder ist das nur in diesem Bereich oder in diesem Land, wo diese Dokumentation spielt, groß vertreten? Erfährt man das? Nein, ich glaube auch nicht, dass es den bei uns wirklich gibt, zumindestens nicht so in der Form, weil das schon so ein jugoslawisches, also Ex-Jugoslawien-Ding anscheinend war. Es klingt auch eher wie sowas Persönliches von dem Künstler oder von dem, dass es eben allein auf diesen Künstler bezogen ist. Ja, aber wenn er zum Beispiel erschossen werden sollte oder erschossen worden ist wegen dieser Zeichnung, dann muss diese Zeichnung ja öffentlich gewesen sein, weil wenn er es nur für sich gemacht hat, dann wäre das ja nie rausgekommen, dass er die Zeichnung gemacht hat? Nein, nein, veröffentlicht hat er auf jeden Fall. Ach so, okay. In Zeitschriften und ja, er hat halt geguckt, dass er halt auch in der Zeit überlebt und er war halt ein leidenschaftlicher Zeichner und hat dann leider das Falsche gezeichnet. Zur falschen Zeit? Zur falschen Zeit, genau. Ja, gut, das ist halt so die Story und im Endeffekt geht es einfach darum, es werden halt auch Parallelen zu Charlie Hebdo gezogen, weil im Endeffekt war es ja nichts anderes. Die haben eine Mohammed-Karikatur gezeichnet und daraufhin sind die halt da reingestürmt und haben drauf losgeballert. Und ja, also was über der Dokumentation eigentlich die ganze Zeit schwebt, ist dieser Spruch, die Feder ist mächtiger als das Schwert. Das ist so eigentlich der Kernaussagesatz des Films, weil man halt mit Zeichnungen und dem Worte doch mehr erreichen kann. Anrichten kann. Oder anrichten. Oder anrichten kann, genau. Gucken sich denn die 60 Minuten also auch gut weg oder ist es selbst bei dieser Laufzeit so, dass du sagen würdest, ja, auch durch das Thema ist es vielleicht manchmal ein bisschen schwerfällig? Nein, die 60 Minuten gehen relativ schnell rum. Es ist halt eine sehr düstere Grundstimmung. Also da gab es auch keine Altersfreigabe. Also für Kinder ist das nichts. Es werden auch zwischendrin Kriegsbilder gezeigt, wo zwar auch dann Kaktus-Kit drin rumläuft, aber es ist alles sehr düster, weil es halt auch ein düsteres Thema ist. Was halt schade ist, sie kriegen von dem Autor gar nicht wirklich viel raus. Sie treiben dann noch irgendwann die Schwester auf und die sagt halt auch, er wurde nicht deswegen hingerichtet, weil er ein Kollaborateur war, sondern weil er Stadienkarikaturen gemacht hat. Das hat denen halt damals schon nicht gepasst und dann haben sie halt angefangen zu säubern. Und zwar im großen Stil. Also auch, da wurden die Kollaboratöre halt erschossen, während sie woanders zwar auch gebrannt, also gebranntmarkt wurden, aber nicht hingerichtet. Und da haben sie es halt schon, haben sie halt auch nachts an die Türen geklopft, also auch wirklich im Gestapo-Stil. Ja, und haben die Leute dann rausgezogen und viele wurden auch nicht verurteilt, sondern einfach hingestellt und erschossen. Da gab es kein Gericht. Sondern hat einer gesagt, du hast mit denen zusammengearbeitet, du hast irgendwas gezeichnet, du hast während der Zeit weitergearbeitet. Es kommen auch einige Schauspieler zu Wort, die halt sagen, ich kann nichts anderes. Und nachdem die Nazis Belgrad eingenommen haben, haben sie auch direkt angefangen, Kinos und Theater wieder ins Programm zu nehmen, einfach um ein Bild der Normalität zu schaffen. Und die Leute haben halt weitergearbeitet, weil was sollst du denn halt, sollst du machen. Ja, klar. Wenn du halt nur Schauspielern kannst, dann bleibt dir nichts anderes übrig. Das ist wahr. Wem würdest du denn diese Dokumentation, sage ich jetzt mal, empfehlen? Allen Comic-Zeichnern, alle Comic-Interessenten, oder? Es ist schwer, weil es das Thema Comic zwar aufgreift, aber es im Endeffekt ja nur um diesen Künstler geht und was da so herum passiert ist. Also für Leute, die sich für diese Zeit interessieren und auch wissen wollen, wie sehr Comic-Zeichner oder Schauspieler unter der Herrschaft leiden mussten, für die kann man sagen, ja. Für alle anderen, die glauben, sie gehen in einen Comic-Film oder in einen Zeichentrickfilm, das ist kein, das ist eine Dokumentation. Okay, dann bitte ich dich doch um eine Bewertung, dass wir so einschätzen können, wie der... Also ich würde The Final Adventure of Cactus Kid vier Kakteen geben. Es ist, also ich finde das Thema interessant. Für mich ging die Stunde wie im Flug rum. Es ist schön gemacht, also es ist gut gemacht. Ich überlege gerade eine Überleitung zu Paul. Wie kommt man von Kakteen auf Kabul? Ich hätte jetzt genommen ein düsteres Thema, denn viel freudiger wird es auch in meinem Film nicht. Es bleibt düster. In dem Film, den ich mir angeguckt habe, der den Titel trägt, Swallows of Kabul, beziehungsweise auf Deutsch, Die Schwalben von Kabul. Das ist eine Buchverfilmung eines Romans von Yasmina Khadra. Es ist ein Animationsfilm der französischen Regisseurinnen Sabu Breitmann und Elea Gobé-Mivelek. Und dieser Film, der blickt ins Afghanistan der 1990er und es geht um einen Lehrer, der ja, der dort eben lebt. Also alles unter der Herrschaft der Taliban und der möchte nicht an einer Koranschule unterrichten, der möchte aber trotzdem so ein bisschen unterrichten und der erfährt dann irgendwann, dass es so eine Art geheime Schule gibt, an der Kinder unter anderem in Geschichte, Literatur und Kunst unterrichtet werden, also in freier Geschichte oder freier Kunst und so. Und dadurch, so die offizielle Beschreibung zumindest des Films, wächst in ihm die Hoffnung, dass die nächste Generation mit einem freiheitlichen Denken aufwachsen kann und dass er eben da seinen Beitrag zu leisten kann. Außerdem geht es ja noch um seine Frau und eben allerhand entwürdigende und erschreckende Dinge unter dieser Taliban-Herrschaft. Und ja, und wie auch schon bei Sven, es ist definitiv kein Film für ein junges Publikum. Es ist zwar ein Animationsfilm, der sieht auch richtig schön aus, also der hat einen schönen Animationsstil, das ist so aquarell und im Hintergrund, da stehen die Bilder immer still, wie so Gemälde und dann überlappen sich verschiedene Animationsstile so gefühlt. Schön sieht er schon aus, ja. Aber. Ja, es klingt nach einem Aber. Ja, es klingt tatsächlich nach einem Aber, weil er eben, er hat einen schönen Stil und zeigt dann aber trotzdem öffentliche Hinrichtungen, zeigt Steinigungen, zeigt Menschen, die ermordet werden. Also er ist schon nicht ganz ohne, er ist schon in seinen, dadurch, dass er zwischen diesen in Anführungszeichen unschuldigen Animationsstil und dann diese harten Kontraste mit Ruinen oder mit Morden. Da erzielt der Film schon eine ganz große Wirkung. Okay. Er ist jetzt nicht die ganze Zeit nur hoffnungslos, was man jetzt vielleicht denken könnte. Das Ganze ist mit 82 Minuten jetzt auch nicht so lang. Man schafft es, den Charakteren dadurch schon nahe zu kommen. Manchmal fehlt so noch das ein oder andere, um den Charakteren zu packen, aber er hat auch ein oder zwei Momente, die ich überhaupt nicht habe kommen sehen. Also man denkt so, man weiß, worauf man sich bei diesem Film einlässt, aber spätestens bei der Mitte oder auch nochmal am Ende gibt es durchaus Handlungspunkte, die kommen aus dem Nichts und das wertet das Ganze auch nochmal ein bisschen auf. Okay, also das ist schon ziemlich, sag ich mal, harte Kost, was du da dir angeschaut hast. Wem würdest du den Film empfehlen? Jeden, der mit Animationsfilmen etwas anfangen kann, auch wenn sie nicht für ein junges Publikum geeignet sind oder auch gerade auch, es gab 2018, bei der Oscarverleihung war ein Film nominiert, der hieß The Breadwinner, beziehungsweise Der Brotverdiener. Der hat auch im Afghanistan gespielt und das war zu einer ähnlichen Thematik. Das war aber eher ein Kinderfilm oder es war auch nicht direkt ein Kinderfilm, aber den konnte man sich jetzt auch mit einem jungen Publikum machen. Der war nicht so brutal, der hatte auch mehr bunte Farben und mehr Verarbeitung durch Fantasie und so weiter, aber so in die Richtung, wer ernste Animationsfilme oder auch mal eine andere Verarbeitung dieses Themas sehen möchte, dem würde ich das empfehlen und ich muss auch letztendlich sagen, mich hat der auch bekommen durch seine Schlichtheit, aber auch durch seine krassen Kontraste, die er da auf den Bildschirm zaubert und ja, ich werde auch, und ich hänge jetzt hier gleich meine Punktzahl an, damit ich mich jetzt hier nicht nur runterziehen lasse durch die, durch die Thematik des Films, ich würde dem tatsächlich vier von fünf Punkten geben. Okay, vor lauter Bewertung klingt das ja richtig gut, also ich werde ich mir notieren und auch anschauen. Aber wahrscheinlich muss man dann danach direkt einen Vielgutfilm angucken, oder? Ja, wie gesagt, er hat so durchaus hoffnungsvolle Momente und was Lustiges oder was Freudiges als Abwechslung ist danach vielleicht trotzdem nicht schlecht. Ist der durchgehend animiert oder sind da auch Realszenen drin? Nee, der ist durchgehend animiert, wobei das, also es sieht schon, wirklich, es sind Gemälde von Ruinen oder so, das sieht sehr gut aus. Dann last but not least wäre ich jetzt wohl am Start, dann erzähle ich mal ein bisschen über Chitron of the Sea. Und zwar ist Chitron of the Sea ein Film, der eine Stunde 51 Minuten geht, das ist ein Anime von Ayumu Watanabe mit Mana Ashida, Hiro Ishibashi und Saishu Urogami. In dem Film geht es eigentlich darum, ein junges Mädchen namens Ruka ist kurz vor den Sommerferien, sie wird aber am letzten Tag aus dem Handballteam aus der Schule geworfen, weil sie unfair gespielt hat und weiß jetzt nicht, was sie mit ihrer Zeit anfangen soll. Aus diesem Grund geht sie ins Aquarium, also so wie bei uns Sea Life oder so, weil ihr Vater da nämlich Meeresbiologe ist und besucht ihn einfach. Und dort trifft sie zwei junge Männer, Jungs, Umi und Sora, die im Meer aufgewachsen sind. Man hört schon, im Meer aufgewachsen, das ist halt wieder so typisch japanisch, Menschen können im Meer eigentlich nicht leben, die zwei Jungs schon. Mit diesen zwei Jungs befasst sie sich, verbringt sehr viel Zeit mit denen und stellt dann fest, dass sie auch eine gewisse Verbindung zum Meer hat. Ich will jetzt nicht spoilern, aber der Film läuft halt hinaus, dass es über eine Coming of Age Geschichte ist, eine kleine Liebesromanze zwischen der Ruka und den Umi und am Ende so ein bisschen, wo stehe ich in der Welt bzw. wo stehe ich im Universum und was ist so ein dessen. Darum geht es so im Groben in diesem Film. Der Film an sich ist stilistisch richtig schön gemacht. Es ist handgezeichnet, Anime handgezeichnet. Die Szenen im Meer, so wie Wale und die ganzen Tiere, wo im Meer vorkommen, die sind computeranimiert, fügen sich aber sehr schön in dieses Handgezeichnete ein. Und es ist halt eigentlich sehr, ja, alles sehr schön gemacht. Musik stimmt, es ist alles sehr stimmisch. Es ist halt, der Film ist ab sechs Jahren und eine Coming of Age Geschichte mit Liebesallüren, ab sechs Jahren wissen wir alles so ein bisschen so gefühlsduselig. Wo ich denke jetzt, oh ja, ist gut. Jetzt ist genug geduselt. Okay, jetzt kommt mir jetzt sofort, wenn du das jetzt so beschreibst, kommt mir der Film, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Ponyo, das große Abenteuer am Meer. Das ist hier vom Studio Ghibli, die ja so ganz viele. Hat es denn auch solche, also geht es manchmal über diesen Coming of Age oder über diese Liebesgeschichte oder über was du zählst hinaus, dass es noch andere Botschaften oder so vermittelt? Oder ist es wirklich das, was man jetzt von der Inhaltsbeschreibung bekommt? Ja, es gibt, genau, es gibt durchaus andere Botschaften, wie ich auch schon gesagt habe, so was ist das denn des Lebens oder wo stehe ich in dieser Welt? Es wird auch in dem Film schön gesagt, dass eigentlich alles zusammen gehört, weil alles in einem Universum entstanden ist. Also wir sind alle aus dem Urknall entstanden und so und das erzählt der Film schon sehr schön, dass wir eigentlich alles aus einem Universum sind. Also wir sind alle, wir haben alle ein Teil vom Stern in uns, so sagen die das irgendwann in dem Film. Also schon sehr schön gemacht. Ich muss, weil da kommt jetzt aber mein Aber, ich muss sagen, er kann natürlich nicht ganz so mithalten wie bei Filmen, mit Filmen wie Your Name. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Your Name. Der ist ja von Makoto Shinkai und der ist ein sehr schöner, also es ist eine sehr schöne Liebesgeschichte und auch stilistisch und bildtechnisch sehr schön. Und da kann halt leider Children of the Sea nicht ganz mithalten. Also er ist eher ein bisschen schlichter gehalten. Ja, okay, gut. Auf jeden Fall. Interessant. Ja, finde ich auch. Und noch so kleine Info, den gibt es mittlerweile sogar schon auf DVD, habe ich gerade gesehen. Also er ist nicht nur im Rahmen dieses Festivals, also dieser Comic-Saloon, sondern man kann tatsächlich schon kaufen als Disc, als Blu-ray-DVD. Also ist schon verfügbar. Was er kostet, weiß ich nicht. Ich will jetzt auch keine Werbung machen. Ich wollte das nur anmerken. Ja, also Produktionsland Japan. Klar, bei Animes kommt es meistens aus Japan. Er ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Man kann sich angucken, ob er sich ein zweites Mal anzugucken lohnt. Das muss jeder für sich entscheiden. Weil zum Beispiel Your Name habe ich mittlerweile viermal geguckt. Ich könnte ihn immer wieder gucken. Der ist richtig schön bei diesem Film hier. Weiß nicht, ob ich mir den nochmal ein zweites Mal gucken würde. Vielleicht als was Lockeres nach einem etwas. Ja, natürlich. Nach so einer Geschichte wie das Walrus of Kabul ist es natürlich was Erfrischendes oder Auflockerndes. Also es ist jetzt nichts, wo man anfangen muss zu heulen oder dramatisch mitgerissen wird. Es ist halt ab sechs Jahren. Punkt. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, würde ich auf meine Bewertung kommen. Und zwar fand ich Children of the Sea. Achso, habt ihr noch eine Frage? Nein, danke. Ich rede gerade einfach weiter. Nein, nein. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Okay. Ja, ich habe den ganzen Film drei von fünf Wahlen gegeben. Weil er ist so, er ist schön. Aber wie gesagt, er kommt nicht an so Filme wie Your Name oder so ran. Von daher finde ich, es ist ein guter Mittelwert. Ist ja gut angebracht. Genau. Gut. Dann haben wir auf jeden Fall eine bunte Mischung hier. Allerdings. Würde ich auch sagen. Richtig bunt gemischt. Aller gut. Dann war es das eigentlich schon von uns. Genau. Und es kommen ja bestimmt noch in eine der nächsten Ausgaben nochmal zwei Filme, glaube ich. Oder? Ja, genau. Zwei Filme sollen noch besprochen werden. Nochmal von diesem Festival. Was das genau wird. Ja, genau. Wissen wir noch nicht. Aber es werden auf jeden Fall noch folgen. So, dann bedanke ich mich bei unseren Zuhörern. Natürlich fürs Zuhören. Und bedanke mich bei Sven und Paul, dass ihr so gut mitgemacht habt. Und dass ihr so viel Zeit für uns aufgeopfert habt. Und wünsche euch noch allen einen schönen Tag. Ciao. Einen Pfalz. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.